Alter, was geht? Ich habe mir ganz eine Frage vorhin. Lucky Block bei Bobby Adel! Was geht, Alfa? Ich habe nicht ein einziges Wortmarsch an, was ich gesagt habe. Lucky Block, Bad was spielen wir heute? Gegen Adel! Was geht? Was geht, Bro? Wollen wir schön hinterher ablenken? Und Alter, was machst du heute so? Ich geh die Witze und mach dich platt, Alfa! In welchem Leben? Nicht hier! Okay, du brauchst mal einen Block ab. Dann hole ich ein Lucky Block mit dem Emrex und kriege hoffentlich was Gutes, womit ich ein Tablet machen kann! Du hast nur Eier bekommen, die haben dir gar nichts gebracht! Verdammt, Alter, ich bleibe dir mit den Eiern ab! Alter! Ach, ich habe die nicht mal. Ich kann nicht damit aufrufen. Alter, stehen bleiben jetzt! Schade, Banane! Schade, Banane! Alter, wo willst du hingehen? In meine Base? Alfa, du machst immer dasselbe. Ich kenne dich schon. Alter, willst du wirklich zu deiner Base gehen, oder was? Alter, also, was hast du hier vor, Alter? Hält gar nichts! Einfach auf damit! Ernsthaft zu sich! So viele Lucky Block! Danke, Enze, für das Geschenk, Enze! Danke für das Geschenk, mein bester Freund! Danke, Enze, wirklich! Drop die sofort! Das hätte nicht sein müssen, Enze, wirklich, dass du so nett bist! Drop die sofort, Alfa! Ich hau dich weg! Alter! Ich lebe! Ja, komm her, Alter, komm! Trau dich! Komm her! Nein! Oh, ich habe mich getraut! Und jetzt bin ich mit weg! Tschüss! Nein! Alter! Bitte! Enze, bitte! Komm schon! Enze, bitte! Ja! Nein, aber die meisten Sachen sind runtergefallen! Meine Enze, ich habe so eine schöne Angst! Die ist weg! Ich stehe gar nicht! Die ist weg wegen dir! Und wie saß denn noch ein Lecker... Oh, oh! Was hast du an der Hand gehabt, Enze? War das verzerrt? Was? Tausend Material! Ähm, damit kann man nichts craften, Enze, das geht nicht! Ich weiß, leider! Ähm, also, ja, Enze, also versuch's gar nicht, damit was zu craften, okay? Okay, mach ich dich! Gut, Enze, das wollte ich hören! Wir müssen spylen, wir müssen spylen, Enze! Ein Problem! Warum war da ein Block weg? Ey! Das darf doch nicht wahr sein, Enze! Wir können reden über alles, wirklich! Na, du helf, Craft! Da war nicht viel Material drin! Oh, oh, sehr gut, Enze, das war nicht so viel drin, aber... Das freut mich doch, Enze, für mich! Nicht für dich! Übrigens, ich hab voll viel Emorals bekommen, 22 Stück! Ja, Enze, das ist ja richtig viel, Enze, Respekt! Und kannst du dir so viel holen, Enze, das ist wirklich krass! Erst verbräuch ich mein Bett ein, und dann kaufe ich mir die Glücksspitzhacke! Das müsste ich eigentlich auch tun, Leute! Ich hab keinen Bedrock gekauft! Moment, Fehler! TNT, okay, komm! OP-Gold-Effel, die nehmen wir! Dann noch eine Dierrüstung! Dann halten wir erstmal schon mal einiges aus, Leute, Enze! Du kannst uns nicht so easy platt machen! Aber wir, Enze, dafür! Wenn du mich mal zeigen würdest, Enze, wo bist du? Was machst du da hinten, Enze? Oh, mich, oder was? Du willst mich platt machen, ehrlich! Und das hast du da hinten gemacht? Hast du da was versteckt? Nein! Hör, dich kommst gerne abholen, kein Problem! Komm doch! Hör, traust du dich wirklich? Ja, klar! Hör, du hast in der Hand, nein! Wieso kaufst du das, Enze? Tja, weil ich schlau für dich denk voraus, Alpha! Warum kaufst du sowas, Enze? Nein, ich bin runtergefallen! Ja! So, Enze, wie geht's? Wir können auch mal über alles reden, Enze! Mir geht's gut, und dir? Wieso kannst du noch Lucky Blöcke haben, Enze? Backup, Backup! Wo ist das Backup, Enze? Weiß nicht! Das will ich sehen, Enze, wirklich! Ich muss kurz verstehen, ich will nachvollziehen, Enze! Hallo, wie geht's? Ja! Danke, Bro! Wollen wir noch paar? Oh, da lag noch was, Enze! Da lag noch 59! Enze, wie viel Schaden machst du? Verschwinde! Nein! Ey, Leute! Was ist denn los mit der Runde? Ich hätte den Apfel vorher essen müssen, Niga! Wir haben ja noch mehr Äpfel von denen! Sehr gut! Mann, ich lerne dich nicht in Frieden lassen, Enze! Wirklich, Enze! Komm doch! Ich bin gleich wieder da, Enze! Lass dich hier kurz fahren! Kriege ich ein OP-Auto, aber das besiegt, Enze! Das tut mir leid für dich! Ey, das ist doch nicht so gemein! So, Leute, let's go auf eine Glückspilzacke! Reicht das erstmal! Dann schnell! Die Holenjeanser und auch direkt Bedrockblöcke, Leute! Weil wir haben das Bett noch nicht zugebaut! Das würde ich mal lieber jetzt machen! Mein Enze ist gefährlich! Er hat eine Enderperle! Enze, die saß in einer Perle! Ich weiß nicht! Die saß in einer Perle, Enze! War nicht krass, Böde! Du kannst auch jetzt kämpfen, komm, Enze! Was ist denn das für Schneewelle? Der ist weg! Warum hast du die Macht so gut? Wir haben sie dem gar nichts gemacht! So, und das Bett ist jetzt sicher zugebaut! Let's go, Leute! So, noch nicht irgendwo bei der Rasse-Phantasia, Enze! Nee, die sind alle weg, leider! Ach so! Ja, na gut, dann zeig mal! Wo ist das denn? So, noch mehr in der Perlen! Sehr gut, danke, Enze! Ich hoffe, die zu klauen, die sind wichtig! Das hier nehme ich auch mit, Enze! Lass mich in Ruhe, Enze! Lass mich! Enze! Let's go, Leute! Gold, OP-Gold-Empfeil haben wir auch noch! Sehr gut! Und jetzt ganz schnell hier schön fahren, Enze! Was machst du denn da bei dir? Bist du am Handy? Ja! Hör dich weg vom Handy! Denkst du, du gewinnst, oder was? Ich muss gerade IT schreiten, dass du heute im Bett was verlierst! Sag sowas nicht, Enze! Oh, IT hat gesagt, du verlierst heute! Ah! Das wird drach gehen für IT, Leute! Wir würden dich nicht mehr in Ruhe lassen, Leute! So, wie viele Emroids haben wir, Enze! Jetzt kann ich richtig viel kaufen! Das war's mit dir! Sicher? Ja, Enze! Es ist wirklich vorbei! Und jetzt zwei Bad Wars und den Rest, glaube ich, Phantasia! Warte mal! Vielleicht auch ein Diorus, ein Galaxy und den Rest Phantasia! Weil dann sind wir wirklich sicher, Leute! Dann kann nichts mehr schief gehen! Bin mir sicher! So, Enze! In der Mitte kannst du jetzt auch nicht mehr gehen! Wannst du warum? Guck mal! Okay! Let's go! Alle deine Blöcke brauche ich jetzt erstmal ab! Deine Brunnen auch! So! Damit du nichts Böses mehr machen kannst, Enze! Danke! Hör auf damit! Ich mache es fertig, Enze! Das hast du verdient! Für was habe ich das verdient? Ich war so nett zu dir! Was? Auch nicht! Was redest du? Ach, ich bin immer nett zu dir! Emerald-Blöcke! Ja! Bitte spenden wir die! Bitte! Emerald-Blöcke! Richtig viele, Enze! Unfassbar viele! Bitte spenden wir einfach bitte! Deswegen ist Phantasia gut 16 Emerald-Blöcke, Enze! 16! Was? So viel! Ja, Enze! Damit kann ich ein Haus kaufen! Damit alles kaufen, was ich will, Enze! Ich kann jeden Traum erfüllen! Kannst du dich mal reden! Das willst du, Enze! Und? Ah, hier! Schade! Wir brauchen noch eine Emerald-Blöcke, Leute! Komm schon! Ich bin hier noch mehr raus! Bisschen Rüstung! Schade auch nicht! Enze! Ich habe dich gehört! Enze! Nimm das! Was versuchst du, Enze? Gib auf! Es bringt nichts! Du hast hier irgendeine Chance, Leute, Enze! Hast du nichts! Ich weiß es ganz einfach! Oh, noch eine OP-Achse, Leute! Sehr gut! Ich bin jetzt nicht so stark, aber... Nice! Noch die Galaxy-Chat-Play! Die ziehe ich lieber an! So! Und jetzt wandeln wir die ganzen Emerald-Blöcke um! Den richtigen Emerald-Sack! Oh, ich habe drei, sechs Emeralds, Enze! Ich kann damit sogar schon Shade kaufen! Nein, bitte, Alfa! Das darfst du doch nicht! Ja! Aber ich will erstmal den Bad-Wars-Lucky-Block! Den mag ich voll gerne! Holen wir den nochmal! Und einen Shade holen wir! Aber den verstecke ich lieber noch! Weil nicht, dass uns Entity gleich irgendwas wegnimmt! Also, guck mal, meine Spitzsache! Guck mal! Au! Hör auf damit! Ich kann alles bei dir abbauen, Enze! Zeig, zeig, zeig! Zeig! Alle Blöcke hier! Die kommen zum Blöcke! Bitteschön, Enze! Was kratzt du? Hör auf damit! Hör nix! Hör auf! Hör einfach, bitte! Hör auf! Ich darf die Rüstung, Enze! Pack die weg! Hör die sofort weg, Enze! Was hast du rübergeworfen? Nein, der Perle, Enze! Das muss nicht sein! Alter! Alter! Ich darf den Nachzug gewinnen! Alter! Warum? Hör auf! Hör auf! Wo hast du davon gekauft? Viele, viele, viele! Loser! Nein! Nein, Enze, bitte! Du brauchst nicht noch einen, oder? Das ist gar nix! Hör auf, meine Eitel zu verschwinden, Enze! Los! Ich klau dir alle deine Waffen hier rumliegen! Mach das doch, Enze! Mach doch! Jetzt, komm her, Enze! Jetzt! Hau dich! Los! Ja! Das Betrussschwert lag da noch rum! Weißt du, wie stark das ist? 100.000 Attack Damage! Das ist doch so unfair! Nee, eine Million hat das so gerannt! Eine Million Attack Damage hast du gerade abbekommen! Du hast dich angefühlt! Das tut weh, Alfa! Das tut wirklich weh! Sehr gut, Enze! Also merkt ihr das gar nicht, wie du dich einfach so annennst! Das war ein sehr großer Fehler! So, Leute, können wir noch mit 9 Euro jetzt was kaufen? Ich würde sagen, wir verdoppeln die lieber! Wir gehen noch mehr holen! Die Glücksspitzacke, zack! Enze, die Werte gehört mir! Wo ist hier hin? Hier haben wir die Glücksspitzacke! Enze, was versuchst du da gerade zu farmen? Emeralds! Enze, Emeralds farmst du oder was? Enze, du kannst mir schön hindroppen, Enze! Ich dropp dir gar nichts! Ach, Bro, ich bin schon da! Guck mal! Gib mir eine Provision, Enze! Aber jetzt! Gib dir gar nichts! Provision oder ich hole alles! Wie, du holst alles! Gib mir jetzt... Ah, Enze, nicht versuchen zu hauen, Enze! Nicht versuchen zu hauen, Enze! Doch, tschüss! Ähm, ich kann fliegen, aber ich darf nicht fliegen, oder? Es fliegen verboten, Enze! Du darfst nicht! Ah! Wobei! Nein! Enze, was tust du? Du weißt schon! Guck mal, was... Gewinnen! Guck mal, was ich in der Hand habe, Enze! Ein Schade-Lucky-Block! Siehst du den? Den habe ich in meine Ener-Chess gelegt! Den mache ich jetzt hinten auf und ich sage dir nicht, was ich rauskriege! Enze! Ah, was hast du? Ich komme sofort! Ich bin deutlich! So, ich habe schon in die Ener-Chess gelegt! Gar nichts, Enze! Überhaupt nichts! Du wirst büßen! Das ist klar, Enze! Du wirst jetzt büßen, Enze! Gib mir meine Items wieder! Job die her! Komm schon! Ja! Let's... Ah! Ich war runtergefallen! Nein! Gell, Leute! Wir haben eh noch was in der Ener-Chess von dem Schade-Lucky-Block! Wo ist es? Ähm, da! Hier haben wir es in der Ener-Chess, Leute! Und zwar schaut euch das an! Und damit werden wir, Enze, besiegen! Ja! Oh! Du wirst mich besiegen! Ja, genau! Es ist vorbei, Enze! Ich habe zu starke Items, Enze! Wirklich, Enze! Verkomm doch, Alpha! Ich warte auf dich! Ich habe zu starke Items! Wow! Let's go! Du wirst verlieren, Enze! So! Ich? Ich werde verlieren! Wirklich? Ja, Enze! Warte, ich komme zurück, Enze! Ich komme zurück! Zu der Mitte komme ich zurück! Enze, du bist auf meiner Seite, Enze! Ey, lass mich doch jetzt gemütlich! Enze, du gehst weg von da! Los, beweg dich! Du weißt gar nicht, wo ich bin! Du musst dich bewegen, Enze! Los! Au! Au! Ich laufe schon! Ich laufe schon! Ich habe Reichweite! Ich habe Reichweite! Also, geh! Ich laufe! Au! Deine Hunde greift mich an! Au! Au! Hör auf deine Seite! Los! Nein, nein, das war ich! Oh, die greifen echt an, Leute! Die sind echt... Ah! Enze! Das warst du selber! Dafür konnte ich jetzt nichts! Doch! Nein, Enze! Ich habe... Du hast mich geschubst! Nein, Enze! Wirklich! Das warst du selber! Das war ich nicht! Ich habe jetzt nur eine Glücksspitzhack-Ente, und gehe ich weiterformen! Finde ich doch gar nicht! So! Die Glücksspitzhack-Ente, und jetzt können wir sogar schon von hier formen, Leute, oder nicht? Ja! Warte mal, noch nicht! Und jetzt aber! Oder lehnt nicht mehr! Der Lach-Block ist kaputt! Hey, was wollen sie denn? Ich glaube, das ist ein Bug, Leute! Ja, das war ein Bug! Sehr gut! Die Glücksspitzhack ist zu schnell, Leute! Zack, 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 zack! Wir fahren jetzt schön in Emeralds, ohne dass wir Emeralds fahren müssen, Enze! Ich baue dir... Oh, Alter! Was ist los bei dir? Ich helfe dir! Ich helfe dir! Zack, zack! Ich besiege die alle! Ich habe die alle besiegt, Enze! Was bin ich für ein netter Freund, oder, Enze? Ja! Heute schon, ne? Kein Ding, Enze! Das bin ich immer! So, jetzt haben wir ein paar Emeralds! Oh, gleich kann ich noch mehr Shade kaufen, Enze! Ich würde aufpassen, nicht du! Das wird sehr brenzlig für dich! Ich glaube nicht, Enze! Du lügst nicht! Emerald-Blöcke! Gib die her, Enze! Wow! Drop die! Meine! Alle meine! Drop die, Enze! Drop die! Stillbleiben! Ich treffe dich nicht! Komm schon! Du siehst mich nicht! Du reichweißig ist weg! So, jetzt aber! Komm, Enze, nicht mal stecken! Weg da! So! So! Wo sind die Emeralds, Enze? Gib dir gar nichts! Nein, ich habe keine Blöcke, Leute, mich rüberzubauen! Das ist gar nicht gut! Enze, ich komme jetzt zu holen! Warte kurz! Nein, bitte nicht! Bitte nicht! Bitte nicht! Bitte nicht! Ich mache nur ein paar Stück! Das lege ich mir lieber weg, Leute! Das ist gut! So, und das lege ich mir auch rüber zur Seite, Leute! Nicht, dass dir noch gleich bei uns irgendwas passiert! Noch ein bisschen weglegen, Leute! Das ist sehr OP! Das kann man immer gebrauchen! So, Enze! Her mit den Blöcken! Ich habe meine Blöcke gehalten! Schon immer mir, Enze! Da steht mein Name drauf! Die gehört wie Alpha! Ach so! Los, Enze! Hey! Ich wusste, es wird was schief gehen! Deswegen! Jetzt bist du fällig! Das denkst du, Enze! Guck mal, was hier in meiner Energy ist! Hey! Danke dafür! Oha, das ist ja wirklich nix! Enze, gib mir die Reiche! Nein, 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 Enze! Hey, das ist mir nicht geklaut! Enze, bitte! Oh, ich soll in der Energy ist ab! Nein, Enze, darfst du nicht! Bitte, wo bist du? Enze, bitte mach das normal! So, das darfst du nicht machen, Enze! Ja! Wirklich? Ja! Weißt du, was ich jetzt extra mache? Ich nehm deine Spitzhacken! Nein, das darf man nicht, Enze! Das Spitzhacken sind ein eigenes... Hat niemand gesagt! Hat niemand gesagt, dass man das nicht darf! Ich hab das gesagt, Enze! Ander, ander, ander! Warum bist du... Hey! Komm, Alpha! Oh, tschüss! Was hast du gesagt? Deine Energy ist... Nein! Ich hab da so viel Opäer, als ist drin, Enze! Hey! Genau, Alpha! Du Loser! Hey! Was hast du mal mit mir gemacht, was ich nicht lustig fand? Nein, ich weiß nicht, Enze! Ich hab's vergessen! Was hab ich getan mit dir? Hast du's vergessen, Alpha? Sicher? Ja, ich hab's vergessen, Enze! Was hab ich denn getan? Du hast vergessen, Alpha! Ja, ey! Und, warum bist du so frech geworden? Weil du so gemein zu mir warst! Ich war nie gemein, Enze! Du hast nur so aufgenommen! Und ich war eigentlich immer nett! Wirklich, Enze! Wir können uns noch alles besprechen! Wir reden heute mal gar nichts mehr, Alpha! Du kannst mir sagen, was wir haben, wie du kannst, dass ich das gleich kaputt mache! Ja, Enze! Ich geb dir... Emerald-Blöcke! Enze! Komm nicht rüber, bitte! Okay, Enze! Enze, bitte! Enze, was wärst du da? Enze! Wann bist du so? Ich hab eben alle deine Garten besiegt! Hast du das vergessen, Enze? Ich hab die eben alle besiegt! Echt? Echt? Ich hab die Garten eben alle besiegt, Enze! Bitte! Hey! Wenn du gut bist, glaub jetzt auch dran! Hörte, lass die Hunde in Ruhe! Was können die dafür? So, ich baue jetzt die Brücke zur Mitte ab! Dann musst du erstmal wieder Blöcke fahren! Ne, du! Hörte, lass das doch! Das ist echt gemein! Niemals gedacht, dass du so drauf bist, Enze! Das hätte ich eigentlich immer nie gedacht! Hörte, wieso? Warum muss man das tun? Absolut! Ah, du warte! Dein Leiter brauche ich auch! Hey, lass die Leiter in Ruhe! Die Leiter hat dir nichts getan, Enze! Lass die Leiter in Ruhe! Nimm dir alles weg! Wieso? Muss nicht sein, Enze! Wirklich nicht! Oh, die letzte Leiter ist jetzt ab! Enze, ich muss jetzt extra alles neu fahren wegen dir! Weißt du das? Alles! Ja! Gott, wir haben nur diese Chance! Anders wird es nix! Komm her, Enze! Du denkst, du bist krass in Minecraft oder was? Ich bin auch krass! Hörte, ich brauche deine halbe Base ab, gerade! Da ziegst du dein Bett dran! Lass meine halbe Base in Ruhe, Enze! Musst du nicht irgendwie was fahren gehen, Enze? Hast du nichts besseres zu tun? Nö, gerade nicht! Na gut, dann habe ich noch eine andere Idee, eine zweite Idee! So, ganz schnell hier, Enze! Hast du nichts gesehen? Hey, da war irgendwas! Ich buckse dich hier weg, Enze! Wo steckst du? Nirgendwo, Enze! Nirgendwo, Enze! Wir können reden über alles, okay? Ich muss nicht böse auslaufen für dich, Enze! Nein! Nimm nichts! Ja, ich habe den! Ich dachte, heute brennt jemand! Enze, aber ich überlebe alles zum Glück! Ich auch! Weißt du, was du nicht überleben wirst, Enze? Zeige ich dir gleich! Weißt du was? Du gleich nicht überlebst! Einfach, was ich dir zeige! Guck mal! Was ist denn? Oh, Enze, du kannst dich echt cool hochbauen, Enze! Respekt! Der Villager brennt ganz so nix kaufen! Ah, was will ich anruhe? Ich muss einkaufen, Enze! Deinere brennt jetzt auch erst mal! Okay, Enze, du wirst sehen! Du wirst sehen, Enze! Du kannst nichts mehr tun, Enze! Ah, es reicht mal langsam! Ja, Enze, ihr habt endlich ab! Enze, danke! Enze, hast du mal Verständnis! Ey, meine Villager brennt immer noch, Enze! Ich kann immer noch nicht einkaufen! Oh nein, du tust mir so leid! Ich habe was geweint! Wieso bist du so, Enze? Ich erkenne dich nicht wieder! Weil ich gewinnen will! Okay, das kann ich verstehen, Enze! Das kann ich nachvollziehen! Und... Boom! Enze! Enze, jetzt gebe ich dich auf, Enze! Es ist vorbei! Noch lange nicht, Enze! Du hast mein Bett noch gar nicht abgebucht! Okay, dann komme ich mir ins Lacki-Blöck und dann gehe ich ins Schnellbett! Und? Musst du nicht, musst du nicht, Enze! Wirklich nicht! Okay, das war die Aufforderung! Jetzt komme ich! Und? Warum sagst du das? Enze, du hast mich gerade provoziert! Jetzt schaue ich mir ganz viel Fantasia! Und dann mit Fantasia wette ich jetzt dein Bett einfach abbaue! Mir reicht's! Enze, nein! Ich baue jetzt dein Bett ab! Zu spät! Zu spät! Bitte nicht! Bitte nicht! Wo bist du? Ich habe mir gerade Lacki-Blöcke gekauft, Enze! Jetzt bin ich auf dem Weg zu deinem Bett! Oh oh, Enze, mach das bitte nicht, okay? Enze, mach das bitte nicht! Komm, Enze! Du bist runtergeflogen, Enze! Nein! Unmöglich! Let's go, let's go, let's go, let's go! Hast du noch eine Energete, Enze? Ey, ja, natürlich! Oh oh, Leute, die muss schnell abgemacht werden! Ganz wichtig! Oh oh, was habe ich da schönes Schnellbett? Everts im Überfluss! Oh, du kannst mir ja droppen, Enze! Du kannst mir droppen, Enze! Ich habe dir gar nichts ab, du kriegst heute nichts aus der Abreibung im Bandwash! Ach so! Wie willst du das erzählen? Oh, du bist meine Energete, bitte! Die ist weg, Enze, tut mir leid, Bro! Du warst zu frech, Enze, du warst zu frech! Oh! Für mich bist du ein One-Hit! Oh, Glücksspitze kann auch wieder, Enze, jetzt kannst du aufgeben! Ich aufgeben, Alfa! Ja, wo bist du? Ich besieg dich wieder, zeig dich! Bitte nicht, bitte, bitte besieg mich nicht, Alfa, abgnadet, okay? Du warst das so gemein, Enze, ich vergesse das nicht! Bitte abgnadet, Alfa, ernsthaft ist nichts für mich! Ey, du hast den Schenst! Alter! Alter, bitte! Ich habe jetzt deinen Helm! Alter, aber weißt du, wer auch Schenst hat? Ey! Du hast eh keinen Schenst, Alfa, du Lügner! Ich hatte doch eben einen Lucky Block, Enze, und ich habe wieder eine Energete! Ich habe meine Energete schon geklärt, bevor du die abgebaut hast! Wo steckst du? Äh, meine Energete waren so schöne Items drin, wenn du willst, was da drin war! Du bist eh unsichtbar! Und die versteckt mich gerade, Enze! Echt? Weißt du, was ich jetzt mache, wenn du dich versteckst, Alfa, du Feigling? Was denn? Ich vergreife mich jetzt nämlich an dein Bett! Ja, mach's, eins ist okay! So, ich bin's ehrlich! Ich habe keine Angst, Enze, ich habe keine Angst! Ich brauche gerade Fantasia neben dein Bett! Das ist aufgegangen, Enze, ist dein Bett ab, ist dein Bett ab, ist dein Bett ab! Oh, ich sehe dein Bett, Alfa, ich sehe dein Bett! Ja, was happened, Enze, kein Problem, Enze, wirklich! Okay, Bro, der wird zappt! Ich habe einen Zappen, Enze, also... Wie du denkst? Ich habe aber Donutskrat, wo bist du? Ich habe Donutskrat! Enze, in meinem Kopf, Enze! Wie? Wo steckst du? Ich habe gerade Kopfschmerzen ein bisschen, ähm... Ich zeige dir gleich, was ich meine, Enze, es tut ein bisschen weh, aber... Was meinst du? Hä, was redest du? Wir spielen Bad Boss, konzentrier dich! Ja, Enze, es ist gerade sehr anstrengend, hier zu denken, Enze, so, erstmal anziehen, zack, zack, zack! So, Enze, wo bist du, mein Bro? Mann, du bist okay, ich kämpf! Wo steckst du? Wo steckst du? Enze! Wo hast du voll steckt? Guck mal, ich habe die Scheiß, Enze! Zack! Hä, es passiert, es leckt, es leckt, es leckt, es leckt! Wird der Server geleckt, weil er so viel Damage gemacht hat, der Server muss das erstmal berechnen, wie viel Schaden das ist! Wo hast du die? Woher? Woher? Ja, weiter geht's! Oh, jetzt hol mir dein, Mann, Enze, so wie du meins geholtest! Nein, mein Brändchen! Wird, ja! Komm schon! Nein, das ist ab! Ist wirklich, Abente? Ja! Oder habe ich es noch geschafft, dann habe ich gewonnen! Ja, Leute, ich habe es wirklich zerstört, durch Bad Rock einfach durch! Ja! Bro! Äh, Mantel! Bro! Ich habe fair gewonnen, glaube ich, also aus meiner Sicht, finde ich, war das fair, aber vielleicht für die Zuschauer nicht ganz fair, guck mal auf den Kopf! Hey, wo komme ich hier rein, wenn ich da drauf bin? Ich habe eine geheime Shade-Höhle und hier habe ich die ganze Zeit gefahren! Unfair! Ja! Leute, lasst einen Like, damit es dir gefallen hat, vergesst nicht zu mir, keine weiteren Videos von Mein Kanal, also, wir machen schon mal ein, wobei nämlich ein Job! Ciao! Ciao!